King of Innsbruck, Runde 2. Heute ein gescheites Battle am Start. Rafi Schweiger und Lovie Kaya. Die zweite Runde, würde man sagen, schnitt schnell gestockt. Geht auf, bewegt und kennt eh jeder. Geht auf, bewegt und schnitt schnell. 3-0 für den Geier jetzt. Ich darf den Rappi ansorgen. Fog, 3-0. Backslide. Fog, 9 natürlich. Fog, 4-0. Fog, 4-0. Switch tail. Oh, egal was. Fog, 2-0. 2-0. Jetzt suchen. Servus. Seitlicher take-off. Also ohne take-off. Seitlich hochrollen. Und dann vorderen. Redemption. So, battle over. Ich bin mit Israel verrast. Und dann der Winner.